also du bist ja krank wenn ihr lust habt und ihr sagt dass ich da öfter stream soll diese woche jetzt ausnahmsweise dann würde ich es auch machen ausnahmsweise für euch ein zimmer ihr lernst und schläfst du für die nächsten drei jahre das training startet morgen früh um fünf sei pünktlich es kommt darauf an ob ich wirklich dann zeit habe wenn nicht in meinem discord würde ich das dann logischerweise spontan ankündigen deswegen einfach in mein discord mal gehen Tobi der discord link bitte ja ich mach das doch was ich da machen soll aber jetzt geht's los fest zugreifen sonst die bewegung aus und schwing dich so rüber heute noch ganz genau so ich hab nicht den ganzen tag sein genau so ist es danke Tobi okay Läuft. In Deckung, zielen, schieben. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Hason, komm raus da! Okay. Gut. Ja, ja. Das ist richtig. Das ist genau richtig. Ja, sehe ich genauso. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfester da um. Gut. Und jetzt weiter. Okay. Schneller! Und lass den fetten Arsch unten! Das ist ein Rekrut. Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein. Ich meine, halten sie beide Kugeln auf der Wunde. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Okay. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Okay, krass. Was eine Kampfmaschine, Alter. Okay, krass. 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 Oh, oh, oh. 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 Tja, Spezialtraining für die CIA offenbar. Das ist, äh, puh. Boah, Alter, das Spiel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Eidend, hör auf damit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? We have an unexpected stop. Please remain seated and do not leave the train. North Carolina. Der Zug ist ein M-Track. Das heißt, North Carolina steht das Ganze jetzt. Das ist eine Flucht. Es geht am Verrat. Ich habe nicht zumindest gehört. Ich habe doch gesagt... Mist. Mist. Das ist eine Flucht. 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 Michi. Michi, vielen lieben Dank für dein Raid. Das ist eine Flucht. Das ist eine Flucht. Das ist eine Flucht. Thomas kam uns verbessert... Ich habe mich hier bei Nacht! Na ja, existein Leute vìittر hacemos den màu her! Das ist hier! S New auf und Anf ein Stück! Aber nicht nur offiziell die Tomaten, da fliegt auch gerade ganz anderes, wie du siehst. Also ich habe gerade ein wenig Stress, wie ihr vielleicht mitbekommt, das ist gerade total realistisch hier. Ins Gesicht, Alter, ich wusste es. Das ist auch so ein Abgang, den ich nicht haben möchte, ey. Boah, Alter. Holy crap, was ist das denn jetzt? Ich habe es gezeichnet. Tobi. So. Tobi, lieben Dank. Mein Gott, 21 Zuschauer, ich performe hier gerade wieder vor 21 Leuten, das ist echt nicht normal. Ich bin gerade so aufgeregt, 21 Leute, die mir zuschucken, yeah. Ach so, weil, ja außer, dass hier gerade irgendwie gerade voll die Action war und ihr genau in den Action-Man reinkommt und ich denke so, nein, nein, was ist jetzt wieder los? Mein ganzer Bildschirm ist voll mit Emotes, oh Gott. Auch dir einen vielen lieben Dank, Wolfsblut. Wolfsblut 03, wohlgemerkt. Ah, jetzt aber hier, Leute, ich muss den Hut dazwischendurch immer wieder aufsetzen dabei. Lieber, ja, Abolicious. Und, da kommt der rechte, nee, Watcher Chicken, ja. Oh Gott, vielen lieben Dank. Oh, es geht wieder los, ey. So muss das. Drunter. Drüber. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, wie das Training eben war. Haha. Ich finde das schön. Ich habe gerade wieder ganz viele neue Leute betroffen, die mich offenbar... Alter, was geht denn hier gerade wieder ab? Ich kann gerade nicht reden. Warte, Augenblick. Es ist gerade ein wenig stressig hier. Ja, komm schon. Oh lang, Alter. Das Spiel lässt eigentlich ja gar keine sekundliche Ruhe mal irgendwie. Das ist ja furchtbar. So haben wir nicht gewettet. Kleiner Chaos-Keks. Wo muss ich denn überhaupt lang? Oh Gott. Nein, da nicht lang. Ja, gut. Dann, gute Nacht dir. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Chat oder da oder chat oder da oder... Oh Gott, ey. Chaos. Ich weiß. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich ihn so genau. Ich weiß gar nicht. Ja, aufs, aufs, auf welchen Teil des Games soll ich mich konzentrieren? Auf, auf die... Alter Schwede. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. Kann ich da lang? Nein, geht nicht. Doch, da kann ich hoch, komm. Komm, komm, mach. Hoch da. Hoch da, Mädel. Hoch mit deinem süßen kleinen Knackpopo. Oh Gott, ey. Hier ist was zu sehen. Nichts außer Fels und Geröll. Und da hoch schafft sie es im Leben nicht. Natürlich. Scheiße. Sie ist uns entwischt. Travis, wir brauchen die Gottverdammten Hunde. Sofort. Oh. Hä? Hey. Eh? Oh. 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 Mach schon einen. Mein Motorrad. Das ist perfekt. Ich glaube, er ist auf der Basal. Was? Was? Ich meine, ich habe gerade die Kontrolle von diesem da übernommen. Oh nein. Oh nein. Scheiße, Mike. Bist du verrückt? Bist du bescheuert? Die verdammte Knerre weg. Los! Hey, was machst du denn verflucht? Okay, Mike. Das ist rechtlich. Bist du völlig bescheuert? Scheiße, ich bin. Oh nein. Ehrlich jetzt. Alter, was? Alter. Wow. Oh. Oh. Scheiße. Oh. 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 Oh nein. Schlecht, ganz schlecht. Ja, nein, klar. Alles gut. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Es geht los. Aiden, los! Ein Schutzschild, wie geil. Alter, wie der Ghost Rider, wie geil. Echt, ist es ruckig bei euch? Ja, aber du hast recht, es ruckig tatsächlich ein wenig. Oh mein Gott. Alter, ey. Das Spiel, was geht denn hier ab? Das ist schlecht. Ja, also nee, ich spiele die Story in der Reihenfolge vom Original, in der Originalreihenfolge. Gruppe 3, in Position. Sie sind umstellt, ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben. Dann sollen sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Ich bin ein wenig. Die töten mich, Adam. Du musst dich aufhalten. Boah. Boah. Was war das denn jetzt gerade? Wir müssen was unternehmen. Halte die Position. Sie gibt nicht da. Was zur Hölle soll ich jetzt tun? Es ist vorbei, Agent Holmes. Zeit zum Aufgehen. Ihr werdet leiden. Was war das denn? Sie kommen immer näher. Du musst mir helfen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben nicht gleich. Komm schon, Aiden, hilf mir. Ja, dann hat Emma schon den Helikopterabschutz. Boah, die ganze Stadt steht in Flammen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, keine Ahnung. Alles gut. Welche Explosionen gemeint sind, kann ich dir gar nicht sagen. Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Ah, ich habe ein klein bisschen Chaos angerichtet. Das passiert nun mal. Also da, das ist, äh, ja. Also, das ist jetzt nichts Besonderes, was da passiert ist. Das passiert mir täglich. Okay, dann bis zum nächsten Mal, liebe Michi. Vielen Dank für deinen Raid nochmal. Es ist, also ich werde jetzt auch noch, wahrscheinlich noch ein Kapitel oder so spielen. Mal gucken. Das ist, also ich werde jetzt auch noch ein Kapitel oder so spielen.